2. Der Schweizer Teufel Timo Meir und Nico Hischier Schlussstein mir punktet, Hischier und Malgin punkten auch Josis Nashville mit dicken Punkten Nashville Predators 3 bis 2 AET Vegas Golden Knicks Roman Josi verletzte Nashville Predators behalten einen Playoffplatz in der NHL. Das Team, erneut ohne Roman Josi, schlugt Vegas Golden Knicks nach Verlängerung mit 2 und 30. Ein Heimsieg gegen das torreichste Team des Westens lasst die Predators im Kampf um einen der beiden.